Stellen Sie sich vor, ein Ihnen unbekannter Filmemacher dreht vor 120 Jahren auf der Basler Rheinbrücke einen scheinbar spontanen Kurzfilm. Und Sie seien ein Detektiv auf Zeitreise, der herausfinden soll, was damals genau geschah. Am 28. September 1896, als dieser Film auf der Basler Rheinbrücke aufgenommen wurde. Es ist ein Ausschnitt von bloß 50 Sekunden Dauer, eine Ansicht auf Kleinbasel von nur 45 Winkelgraden und dennoch ein tiefer Einblick in ein ganzes Zeitalter auf der Schwelle zur Moderne. Warum fuchtelt dieser Herr nervös aus der Kutsche heraus? Ist er der Regisseur? Weshalb setzt sich dieser posierende Mann plötzlich in Marsch? Und warum überquert dieser würdige Herr mit Melone ebenso plötzlich die Strasse oder diese alte Dame? Und weshalb blickt dieser Junge so verunsichert und dieser so frech zur Kamera? Diese und hunderte anderer Fragen wollten wir stellen und beantworten und sind in dreijähriger Forschungsarbeit damit sehr weit gekommen. So wissen wir, dass der Herr in der Kutsche ein genialer Werbemann war, der in ganz Europa für Film- und Zeifenprodukte auf Achse war. So auch auf der Genfer Landesausstellung, wo er ebenfalls filmte, auch sich selbst. Wir haben herausgefunden, dass diese herumalbernden Herren bedeutende Schweizer Künstler waren und Freunde dieses wichtigen Herrn, der sich als König von Kleinbasel fühlte und sich deshalb von seinem Geschäftspartner hier auch filmen ließ. Er war Chef dieses Zunfthauses, nahm am Vogelgriff die Paraden ab und beteiligte sich an den beiden grössten Theaterspektakeln, die in der Schweiz je stattfanden. Dieser Mann hat sich also in einem der frühesten Schweizer Filme verewigt, mit seiner Familie, seinem Beruf, seinen Ämtern, seinen Hobbys. Und dies in einer Zeit, in der sich Basel und die Schweiz stärker veränderten als je zuvor. Zhinn für die parasite.